... Musik ... Aber das wird immer entspannter, wir kommen mit denen wirklich super aus. Und ich habe dann auch so eine Datei gekauft, ja, Travel Press Great Britain. Ist das 15 Uhr, Hatsubi nicht hin? Kann das sein? Die Teams haben viele Nachrichten gesehen. Und es ist mein Verständnis, dass, als Sven Göran Eriksson hier kam, er hat seine Meinung aufgenommen. Das war eine spontanische Entscheidung. Das ist es, das wollen wir sein. Es wird die Polizei geben, es wird eine Sicherheitsfirma geben. Und sie werden sich total alleine sein. Und ich weiß nicht, ob ein anderes Hotel, wo man nur so machen kann. Be in deinem kleinen Welt und fokussieren auf dem Tournament. Ich habe einen ersten Kasten hier. Hier ist das erste Kasten. Hier ist ein browner building mit einem onion-formen Rooftop. Mit einem Green Rooftop, Sie sehen, hier ist das zweite Kasten. Das ist eher für Konzert. Ich denke, die Akustik ist nicht so gut in dieser Region. Ending of the 19th century, building 1824. The place is magnificent. Good buildings and architecture. Nice gardens as well here. I know a few words already, so yeah. And I think that the beauty of the language of football is that it transcends all, doesn't it? Whether it's German, English, Spanish, French, whatever. Good to see you.